Das Schöne bei Origin ist, dass wir das Handwerk wieder zurück in unsere Möbel bringen. Das heißt, wenn wir präzise Holzverbindungen anfertigen, dann können wir das jetzt wieder effizient machen, was vorher einfach zu teuer gewesen wäre. Zum Beispiel haben wir gerade ein Bett gefertigt, da sind die Beine wieder durchgestemmte Zapfen. Und das ist etwas, das würden wir mit der Hand niemals machen, weil es dauert zu lang. Und so haben wir Rationalität und Ästhetik wieder zurück im Möbel. Ich bin der Johannes Müller, arbeite beim Einrichtungshaus Müller in Amfing und bin da Schreinermeister und Designer. Bei mir war ja am Anfang die große Frage, ich brauche die Maschine für mein Meisterstück. Und jeder Schreiner weiß, das Meisterstück ist das Heiligste, was ein Schreiner jemals in seinem Leben macht. Und da auf diese Maschine zu vertrauen, das war schon hart am Anfang. Aber dadurch, dass es so perfekt funktioniert hat, habe ich mich dann nur noch auf diese Maschine verlassen. Wir nutzen Origin sehr viel fürs Prototyping, wenn wir etwas Neues ausprobieren oder auch wenn wir Beschläge einlassen und auch sehr viel für runde und asymmetrische Formen. Die Origin ist ihr Geld mehr als wert, weil es einfach so viel Freiheit und Möglichkeiten bringt, die man plötzlich hat, was mit einem anderen Gerät in einer ähnlichen Investitionssumme einfach nicht realisierbar ist. Wenn man die Origin nicht nutzt und keine vergleichbare Maschine hat, dann limitiert man sich ein bisschen in seiner Formensprache. Plötzlich machst du Dinge, die du vorher nicht gemacht hast, wo du vielleicht vorher gesagt hättest, sorry, tut mir leid, kann ich nicht, ist nicht in meinen Möglichkeiten. Und plötzlich hast du diese Möglichkeit und das ist das, was die Origin so wertvoll macht für unseren Betrieb.